Gute wie hier. Also hier, der Flying-Ufer fliegt da jetzt wieder von Amerika nach Deutschland. Es hat riesen Spaß gemacht, die Videos von dem A zu gucken, wo der in Amerika da rumtrainiert hat, seine Kumpels getroffen hat, seine Stunts gemacht hat. Das war fantastisch alles. Und auch wie die immer Eickhaber waren. Das war super hier. Da kannst du mal sehen, was da alles da rumhängt an Amerika. Was für schöne Geschäfte hier, riesige Dinge hier. Also ich wünsche dir einen guten Flug hier, komm wieder gut nach Hamburg. Und mach so schön weiter. Aber ehrlich, ich bin gespannt hier, wann du für immer nach Amerika gehst. Ich glaube schon, dass du da hingehst. Das glaube ich. Also hier bis dann macht's gut. Und du, Uwe, hier fliegt. Komm gut haben. Machst gut. Deine Computer ist und so. Hast ja alle unergestellte in Amerika. Willst dann nochmal kurzfristig vielleicht hier nach Amerika. Ich denke aber, du gehst noch länger dahin. Das kann ich mir gut vorstellen. Also es hat riesig Spaß gemacht, die Videos anzugucken. Ciao.